Musik Ich habe Jansen kennengelernt, da war ich noch sehr klein, ich glaube drei Jahre alt, da mein Vater der Verleger von Horst Jansen war und sie sehr, sehr lange zusammengearbeitet haben. Und ich natürlich als Kind immer mit Jansen irgendwie konfrontiert war, aber doch mehr mit seinen Bildern, mit seinen Postern, mit der Malerei und natürlich aber auch mit den Büchern. Ja, aber den Einstieg in sein schriftstellerisches Werk, der kam dann doch erst später. Also ich bin jetzt seit drei Jahren, arbeite ich auch dort mit im Verlag und in der Galerie und im Kunsthandel und bin dann aber eben doch wirklich erst seit den letzten Jahren mehr in das Werk eingetaucht. Und es ist unheimlich spannend und interessant und ja, man begibt sich auf einer Reise zu Jansen und ist mit ihm unterwegs und lernt ihn nach und nach einfach mehr und mehr kennen und es ist unheimlich faszinierend, sein Werk zu lesen und für mich ist es, ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, sich darauf einzulassen und diese Reise mit Jansen zu gehen und ihn so eben noch persönlicher kennenzulernen als durch seine Malerei oder seine Zeichnung. Jansen 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 Vielen Dank.